Wo ist er? Hinten explodiert, geradeaus. Echt? Jaja. Achtung Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder eine Runde H in Z1 Battle Royale zusammen mit dem i4. Ganz unten im Dorf. Ganz unten im Dorf. Achso, ja, ja. Weiß ich schon. Na ja, ja. Wird schwer mit Aggressiv spielen, aber wir probierens. Kann man ja im Endgame ausladen, aber ich glaub eigentlich fast niemand. Also ein Auto steht da, ein Jeep ist das glaub ich. Ne, ein Pickup. Pickup, Pickup steht ja. Land doch direkt dort jetzt. Genau hab ich nicht ganz geschafft. Ich bin in einem Haus gelandet, wo eine Shotgun lag. Ohne Moon. Nice, ne? Ja. Du bist schon da vorne. Okay, dann geh ich hier gegenüber ins... Ne, ich geh nebenan. Los, gar keiner Rucksack dort. Ach. Ne, ah ja. Aber nur einmal Munition. Das ist irgendwie sehr sehr perfekt. Schott, dann war ohne Munition. Okay. Also da ist noch keiner, weil die können nicht schneller unten sein als wir. Mhm. Das funktioniert nicht, aber... Manchmal ist das einfach so ein bisschen verbuggt noch. Helm. First Egg Cat. Was ist das für ein Rucksack? Kleiner. Lass ich liegen. Ich lauf hier nur mit der Shotgun rum, damit die Leute Respekt vor mir haben. Naja, das... Das bringt einfach gar nichts. Ja, das... Das schreckt... Ja. Schosskraft hat die Null, weil... Keine Mun. Aber abschreckend. Das heißt, sie laufen auf jeden Fall einmal von dir weg. Ja, wer weiß. Oder versuchen zumindest nicht in deiner Nähe kommen zu kommen. Ah, hier liegt einer mit Mun. Jetzt hab ich Mun. Oder so. Jetzt hab ich zwei Shotguns. Auch wenn der eine komischerweise in den Rucksack gepackt hat. Das ist jetzt auch neuerdings buggy. Irgendwann... Haben die das gepatcht und seitdem... Packt der, wenn Rucksack platzfrei ist, packt der da erstmal die Shotgun rein. Polizei Auto steht dort unten. Nice. Haben wir auf jeden Fall einmal Sprit noch zusätzlich, das gefällt. Ja. Ich geh mal hintenrum in die nächste Straße. Bist du da auch schon am Looten oder was? Äh... Ein Doppelstück glaub ich eigentlich, oder? Ein Doppelstück glaub ich eigentlich, ja. Oh, das war Fail. Das war noch mehr Fail. Das sowieso. Oh Mann, oh Mann. Ich hab drei Shotguns. Ah, eieieiei. Das geht. Ich bring dir mal die Shotgun mit mir ein. Ja. Ich geh mal zur Tankstelle runter. Eieieiei. Bayer will jetzt mit Ark anfangen. Was auch? Ich bin auch am überlegen, ob ich da mitmach. Also neben HNZ1, ne? HNZ1 läuft weiter. Boah, ich glaub das wär mir im Moment etwas zu viel wahrscheinlich. Ja. Nur... Forest bricht er dann ab. Ich weiß noch nicht, was sich da auswechseln soll. Mhm. Weiß ich mal schauen. Aber siehst, vielleicht ist das meine letzte Gelegenheit. falls er Sonntag noch Forest aufnimmt. Nochmal da mitzumachen, oder was? Ja. Äh, waren wir ja schon ewig lang am Reden, dass ich sie mal einen Tag lang besuchen komme und ich... Mir kam jetzt... Du das, gell? Ja. Du hast den Sprit noch nicht rausgenommen, ne? Ne, ne, aber ich kann dir jetzt Backplugs rein, wenn wir mit dem Auto fahren wollen. Mir egal. Er hat den... Er hat den Kürbis wieder auf. Der Gewinnerkürbis. Warte, nicht taktisch. Ich glaub dir hier draußen mal die Shotgun, Moment. Stun Grenade, Smoke Grenade... Habt ihr ne Shotgun dahin gelegt? Nice, dankeschön. Hast du aus dem Pickup vorne Sprit raus? Also hast du einen Sprit dabei? Hab ich... Oh shit, ne, den hab ich nicht raus. Ja, dann lass doch da vorbeifahren, du musst. Ja, passt, 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 passt. Kommen wir jetzt nur mal auf die Schnelle, weil... da hatte ich noch keinen Rucksack. Ah. Und... ...jumpen und rein. Und rein. Und rein. Gehen. Das ist schon wieder etwas buggy mit dem... Ne? Ah, wir müssen eh weg. Ah, ich guck noch kurz, ob hier ein Ding steht. Wir könnten theoretisch dort... Die Autoroute fahren. Ganz bekannt. Genau, erstens die Autoroute und dann dort irgendwie dorthin, wo... hier, wo dieser riesen Parkplatz ist. In Ranchito? Dort in der Nähe, ja. Also noch unten dort. Das ist hier, wo diese... äh... ganz viele so Werkstätten und so weiter und in der Mitte dieser... Packplatz ist und das sind so... Ach das Ding! Ja, genau. Da, wo ich letztes Mal war... Ja, ja, ich weiss, wo du meinst. Da unter... Das steht da so ganz klein. Kannst du mal gucken. Diese schräge Schriften. Das ist das. Aber... Ah, stimmt, ja. Also, ich müsste jetzt raten, was da steht. Ich könnte es nicht sagen. Auf keinen Fall. Wir sind ja heute bisschen Rambo unterwegs, ne? Gucken wir mal hier unten. Nichts hier! Okay. Kein Auto mehr. Gar nix, ne? Du musst jetzt gleich hier vorne eins stellen. Schwitzige Raub hat Horny Woman gekillt. Ja, ja. Den hab ich schon in der Logi gesehen. Oh, Mann. Ja, da unten steckt, glaub ich, eins, oder? Ja. Oder? Ja. Ja, doch, doch, doch. Pick up. Hopp, hopp, hopp. Ah, sehr schön. Da ist ne AR. Hast du ne AR? Ja, ja, ich hab ne AR. Äh, warte mal, wo ist denn die? Da, 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 da. So. Kommst rein. Fahren wir weiter. Jawoll! Ja, ganz so offensiv machen wir auch nicht. Ja, da steht, glaub ich, oder? Ne. Ich dachte auch erst, dass das ein Jeep wäre. Ja, ja. Aber hier. Oder? Na. Oh Gott. Aber da vorne, oder? Schon alles, oder? Na. Na. Hab ich gesagt. Ah, Uli, doch, hier. Hab ich gesagt. Auch wenn ich den, ehrlich gesagt, nicht gesehen habe. Ja, ja, ja. Hinter dir liegt übrigens ein Lootsack, oder? Sieht das nur so aus. Warte mal, ich muss ein bisschen was schreiten, weil ich kann das nicht mitnehmen. So. Hast du Rucksäcke gesammelt, oder was? Ich wollte nämlich sagen, ja, ich wollte nämlich am Anfang sagen, zu Beginn sieht das immer aus wie ein Picard, dann kurzzeitig mit dem Jeep. Ja, ja, der switcht immer so. Hm? Man weiß nie wirklich, was ist es jetzt wirklich? Die wahre Identität bleibt immer lange gegangen. Pulsier Auto aber gefährlich. Ja, wir steigen aber um. Ist nicht gefährlich. Ah. Sprit hab ich. Ah, ich hab Sparklux. Egal. Ist eh fast leer. Fast. Ei, ei, ei. Dann steht aber hinten, glaub ich, nichts. Hm. Muss nicht sein. Gucken wir mal. Hier steht noch einer. Hier steht noch einer. Wir haben das Spiel so hart schon studiert, dass wir genau an der Anzahl der Autos wissen, was wo steht und wo nicht. Ja. Aber wir haben viermal Sprit. Ich hab auch noch einmal, ne? Also fünfmal plus das hier im Auto noch wahrscheinlich. Mhm. Da ist auch noch einmal drin. Wir haben ein bisschen Zeit. Ja. Schreiter. Schreiter. Viele Sparkflugs. Nix. Das liegt hier. Pistol. 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 Könnt ihr nicht mal ne AK hinlegen in die Kirche? Hm. Das wär echt nett von dem. Ich hab jetzt hier. AR Moon on mass. Man denkst hier liegt ein AK. Also ich kann hier echt gleich bisschen AR Moon droppen. Ah, das passt schon. Ich hab 90 Schuss. Das reicht. Ich hab 180. Ich schredder mal den Rucksack schnell. Jaja. Jo, falsche Taste. Du hast jetzt fünfmal Sprit oder was? Ja. Fünfmal. Und ich hab auch zweimal. Also einmal im Auto und einmal. Mhm. So, ne. Einmal was. Pistol. Ja. Und dann erstmal mal. Oh, ne. Ja. ...! Na. Na. Ja. 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 Hallo und dreißig nur noch. Okay. Ja. 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 fahren wir mal zu dem Dorf, was du gesagt hast gucken wir mal, was da Sache ist hier oben müssen wir eben auch fassen da sind oft Spieler ja, da war letztes Mal das Massensterben mich, ne? ja, da bin ich um die Kurve gefahren und hatte den Hetscher das weiß ich auch noch man muss ja ein bisschen Eier zeigen immer ein bisschen den Hodensack raushängen lassen du hast echt den Motorradhelm aufgesetzt und dann mir die Maske gemacht die hätten das für den anderen Helm machen sollen, finde ich ja allein damit es mehr Schutz bietet, weißt du aber ich wäre echt dafür, dass sie zu Weihnachten so Santa Claus und so weiter machen als Gesicht so wirklich, das wäre Hammer ja vielleicht müssen wir irgendwann links wir müssen eigentlich hier gleich nach dem Hügel kommen ja, ja ist doch bald schon Weihnachten, ne? bei uns haben die schon Weihnachtsmarkt alles aufgebaut kann losgehen eigentlich schon hier links ist es da hinten fährt ein Auto kommt hier hoch siehst du es? ist da oben gegen gefahren kannst du schießen? ah, der fährt es ja, der wird schon Gas geben ordentlich aber wir gucken mal, ob wir hinterher kommen wahrscheinlich machen die jetzt hier so einen Hinterhalt ja, das kann gut sein das kann gut sein da vorne sind sie jetzt hat er gedreht, wohin fährt er? ich steck da raus ne, noch ist er drin schieß, schieß, schieß boah, ich dachte schon, das war ich ja, ich hab auch geguckt direkt auto-planned, nice ja, der hat, das hat die Strecke gut ausgesucht okay, geschafft jetzt wird sie immer noch nicht bald hab ich keine Munition mehr wir haben auch bald kein Sprit mehr aber du hast ja noch andere Waffen Stein oh shit kurz verloren aber wir sind wieder dran gleich Auto hinter uns mhm der hat, glaub ich, seinen Kollegen gerufen schieß mal mit einer anderen Waffe vielleicht wie lange er immer fährt halt voll die, voll die Verfolgungsaktie, ich hab noch 1% ich muss gleich echt tanken fuck tank, tank, tank oh fuck halt doch an tanken was ist los? er liegt am Boden wer liegt am Boden? er liegt am Dach hä, bei mir ist er noch gefahren wo ist er? hinten explodiert geradeaus echt? ja, ja hier oder wo? er wird hier irgendwo sein ja, hier rechts oben da, genau rechts von uns aber er ist nicht hier keine Ahnung der ist bestimmt ausgestiegen und versteckt sich wir müssen auch erstmal zur Safe Zone genau fahren ah ja, ja, ja das ist eine Verfolgungsjahr 30 Schuss habe ich noch immer hinterher immer hinterher ich dachte mir, wir haben genug Sprit, ne wir können hier ein bisschen jagen aber uns ist zuerst der Sprit ausgegangen das ist also das Problem, ne aber sein Auto ist immerhin weg das ist schon mal gut können wir mal schnell tanken hier? ja, wir können hier eben noch runter und dann tanken, ne ich tank auch einmal nur zur Ansage kannst nochmal direkt ja fast ah ja, ja, ja sollen wir mal Plätze tauschen? nö, geht schon aber du hast nur noch 30 Schuss das dachte ich ah, das macht ja nix ja, egal hm ich guck mal, welche Waffe ich habe ja nicht aussteigt Moment ok, AR komm, steig ein hm fahren wir mal zum Haus da vorne gucken wir mal, ob da was los ist da, AirDrop ist vorne wo? ah, da hinten vor uns ja, fahren wir hin, ne? gucken wir uns das Spektakel mal an ja, da links da hockt jemand drin? gezielte Schüsse ah, fuck die nächste Verfolgung sag, was ist denn hier los heute? hä? ob daneben ihm sein Tod hat Kollege oder lebt er noch? ich weiß nicht das schaut irgendwie eigenartig aus ja der fährt voll gegen den Stein nein, doch schau nein ah, da hinterm Berg ist er hab ich gerade so noch gesehen wo ist er jetzt? da hinten am AirDrop äh, er läuft da, er läuft da, er läuft da wo? da am Baum zwei fuck, ich bin getroffen ich muss mich verbinden ich fahr erstmal hier hoch verbinden da kommt das Flugzeug aber schräg von uns das passt vielleicht holen die die, ja? gucken wir mal wo waren die denn jetzt? hier irgendwo, oder? mh, links links, ja ja, hier vorne sind sie jawohl fuck, ich muss hinter das Auto ich muss mich verbinden fuck ich muss hier weg geht nicht, geht nicht, geht nicht ich muss hier weg irgendwer ist im Auto eingestiegen hier, ich bin's, ich bin's okay warte, ich verbind mich fuck, ich bin tot von hinten oder so ja, wenn es euch gefallen hat schaut bei i4 vorbei da gibt's noch den Rest der Folge bis dahin, haut rein ciao